So, das bedeutet aber, wir haben Vigil for Fall Hero geschafft. Das heißt, es bleibt nur noch die Spires of Death. Yay. Da freue ich mich schon drauf. Wobei, das ist eine Standardmission, sage ich jetzt mal. Also ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich kann bauen, was ich will. Ich kann mich ausbreiten, wie ich will. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht überrannt werde und dass ich nicht übermütig werde. Und alles andere haben wir auch schon abgeschlossen. Sogar die beiden Nebenquests hier, auch wenn Wrath of Quorm nicht gerade eine Glanzleistung war. Legendary Heroes sowieso nicht. Also, Spires of Death. The richest lands of the Northern Reaches sit tantalizingly close to us. However, our way to these tracks is blocked by huge Spires that hurl magical bolts and summon ferocious monsters against anyone approaching. A local nomad explained that long ago, a race of Northlanders angered their gods so greatly that she hurled them out of their homeland, forbidding them ever to return. She then raised five cursed Spires to turn them back. While the name of this god is long forgotten, her spires still stand. If you can clear away those obstacles, we can enter the promising lands beyond. Mhm. See how to destroy each of the five Spires beware. They grow more powerful with each one that falls. Deswegen werde ich sehr gut Acht geben. Ähm. Ne, Blacksmith zuerst bitte. Ich werde wieder auf Zwerge gehen. Und ich werde wieder auf Paladine und Mönche gehen. I serve with Pleasure. Your Highness, we've improved the Godhouse. Erstmal jedoch hätte ich eine Ranger-Gilde ganz gerne, sobald der, äh, Blacksmith steht. Und den Marktplatz direkt vor dem Palast. Und mein erstes Ziel, ohne viel Geld auszugeben, ist es... Your Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Majesty, the local Blacksmith offers new services. Ist es erstmal Ranger zu haben, die das Umland erkunden. Den, die Burg auszubauen. Your Majesty, our new building is complete. I serve with Pleasure. Damit wir schnell an die Tempel und die Magier-Gilde kommen. Vor allem die Magier-Gilde hätte ich schnell, dass ich schnell eine Library habe. The local Blacksmith offers new services. Your Majesty, our new building is complete. Bauen wir auch gleich mal ein Inn. Dass mehr Helden, falls die Gilde zerstört wird, nicht sofort wegleihen. Soverein, your marketplace now serves you better. Soverein, your marketplace now serves you better. Soverein, ich serve with Pleasure. Your Majesty, our new building is complete. So, marktplatz upgraden. I join the wild spirits. I feel revitalized. I join the wild spirits. Your Majesty, the palace renovations are finished. So, Palast is upgrade. Das heißt gleich mal ein Darmus-Tempel. Your Majesty, the elves wish to join our prosperous Kingdom. I serve with Pleasure. Ah, Mist. Das Geld kriege ich nicht wieder. For the wizard guild. Das drunter wollte ich. Ah ja, blöd gelaufen. Aber egal. Wir haben den Angriff abgewehrt. So, erstmal auf zwei Paladine sparen. Okay, wir haben schon mal das Geld für zwei Paladine. Und dann werden wir den, dann werden wir den, dann werden wir den Library bauen, dann den Marketplace upgraden und dann werden wir weiter sehen. Aber erstmal brauche ich zwei Paladine, um meine Stadt zu schützen. In the name of the Sovereign. In the name of the Sovereign. Die Stadt geht vor die Hunde und sie restet at home. Sehr schön. Ah, da ist sie ja. Das ist die andere. Nein, das ist die andere wohl. Gut. Na, Bowie. Und einen Wizard. Und dann geht's an den Marktplatz. Dann werden wir hier oben noch einen Marktplatz errichten und unsere Verteidigung verstärken. Beziehungsweise Blacksmith upgraden unter den Zwergen. Das Dwarven Settlement bauen. Wobei ich zwischendurch auch mal den Agrella Tempel bauen sollte. Your Majesty, our new building is complete. So, als nächstes aber erst mal den Marktplatz upgraden. Und ich werde wahrscheinlich irgendwo einen Außenposten mit zwei Trading Posts errichten müssen. Wahrscheinlich hier unten irgendwo im öffentlichen Feld, so hier. Der Angriff ist jetzt übel. Der könnte mich meinen Doros-Tempel kosten. Der wird mich meinen Doros-Tempel kosten. Kurz, solange mein Marktplatz steht, ist alles in Ordnung. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Praise Doros! Ancient Graveyard, das ist noch kein Spire. Praise Doros! Sovereign! Our building has been upgraded! Das ist einer der Spires. Spire of Dive spawns Monsters. Files Boat of Magical Energy. May we spawn. Du bist gleich tot? Ja. Dachte ich mir fast schon. Erstmal bein innen wieder aufbauen. Noch ein Ancient Graveyard. Wieder ein Goblin-Angriff? Ich fühle mich, wie ein Goblin-Angriff. Halt! Ist das euer Ernst? Eine ist gestorben. Tatsache. Okay, ich muss jetzt erstmal den Doris-Tempel wieder aufbauen. Wieder Geld zu haben, wäre schön. Tatsache. In the name of the sovereign. Tatsache. 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 Goblins. Es wäre schön, die Goblin-Dinger zu finden, aus denen sie spawnen. Wobei ich langsam glaube, sie spawnen aus den Spiern. Ja, da kommt nämlich schon die nächste Angriffswelle, die wieder heftig wird. The Unholy are near. Aye. The Unholy are near. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. The Unholy are near. Praise Doros. Ja, ich bin jetzt hier am Anfang richtig in die Defensive und das ziemlich schwach. Die Unholy are near. In the name of the Sovereign. In the name of the Sovereign. Energies of Light. The Unholy are near. Ich glaube, ich muss erst mal gucken, dass ich auf vier Paladine komme. Wobei mir Wizards auch ganz recht wehren. Ach, bitte. Sovereign! Dein Spire in Ruhe. Dein Spire in Ruhe. By the Unholy are near. Sovereign. Könnte ich bereits spawnen, Otto? Nein. Oh Gott, da kommen schon wieder mehr als so viele Goblins.